Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part mit Bayride. Im letzten Part wurden wir ja von diesen blöden Banditen überfallen und die haben ja zwei meiner Gefährten umgehauen. Ihr habt mir fleißig in die Kommentare geschrieben, dass die beiden jetzt aber nicht tot sind, wie ich das ja eigentlich vermutet hatte. Und ich hoffe natürlich sehr, dass sie jetzt dann demnächst auch wieder aufstehen. Ja, ich habe ja dann den Bettler geholt, den werde ich aber auch erstmal behalten. Der kann einfach Wache halten im Camp und genau, die anderen beiden nehme ich halt dann einfach mit zu Ausflügen und so weiter. So, genug gelabert, wir schauen, was uns im heutigen Part erwartet. Viel Spaß und let's go! Unsere beiden Kumpels liegen jetzt hier noch so ganz witzig rum. Ich meine, sie baggen zwar ein bisschen und bewegen sich. Hi du, kann ich jetzt irgendwas mit dir machen? Und mit dir? Hm, irgendwie auch nicht. Ja gut, wie gesagt, ihr habt ja geschrieben, die stehen wieder auf. Dann brauchen wir jetzt natürlich vielleicht auf jeden Fall nochmal so eine Hütte, damit wir auch die beiden wieder zuweisen können, beziehungsweise den Bettler. Jetzt ist nur die Frage, weil ich ja eigentlich sowieso umziehen wollte, was ist denn jetzt hier schon wieder? Hallo? Hm, ich glaube, es lädt sich einfach noch. Gut, dann bauen wir jetzt noch ein Wohnzelt. Mei, wenn ich umgezogen bin, dann baue ich das halt einfach nochmal alles neu. Das ist ja jetzt auch nicht so das Problem. Genau, dann packen wir das jetzt mal hier hin. Rohsteinholz und ich glaube, Flax war es. Ach so, jetzt ist es natürlich auch schon wieder dunkel. Dann lassen wir uns mal kurz ins Bett fallen. Tag zwölf. Drei Tage bis zum Winter. Wir müssen auch unbedingt noch genug Futter besorgen. Kit, Enes folgt dir nicht mehr und sucht nach Nahrung. Ach so. Ne, 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 halt, Moment mal. Ähm, ganz kurz. Den Kit tun wir raus. Der Kit war der Obdachlose. Lubomir und Harry. Hieß der andere echt Harry? Ja, okay, alles klar. Wieso folgt mir der Kit schon wieder nicht? Weil es ein Blödmann ist. Aber tatsächlich, meine beiden sind wieder da. Hallo, grüß dich. Vermisst habe ich euch. Wie geht's denn so? Oh, ich habe ihn gerade verbunden. Cool. Äh, eigentlich wollte ich... Hallo, ich wollte dich untersuchen. Bleib stehen. Er ist gerade wieder als Arbeiter gekennzeichnet. In Ordnung. Ne, okay, passt. Ähm, wo ist denn der andere? Irgendwo da hinten. Naja, gut, dann soll der mal machen. Wir holen uns jetzt nochmal kurz Holz. Ein bisschen Holz für die Holzfällerhütten. Ja, okay, es ist keine Holzfällerhütte. So, die sammeln nämlich schön viel Lachs. Kannst du bitte normal hauen? Na gut. Dann lass bleiben. Ah, da ist er. Der Harry. Okay, dem geht's also auch gut. Einwand frei. Darf ich mal fragen, was das hier wird? Gehört es zu dem Wohnzelt dazu? Finde ich gerade irgendwie strange. Oh, wir brauchen Baumstämme. Leute, wir brauchen Baumstämme. Und als ich geschnitten habe, habe ich gesehen, dass die uns irgendwie zwölf Sachen geklaut haben. Zwölf ganze Sachen. Das finde ich schon frech. Das kann... Oh, verdorbenes Essen. Ganz schnell den Diplomsklo mit dir. Riemen haben wir noch. Genau. So, holen wir uns mal einen Baumstamm. Oh, verdorbenes Essen. Oh, verdorbenes Essen. Kann ich den nehmen oder muss ich den nochmal schneiden? Ich muss ihn also nochmal schneiden, kein Problem. Schneiden wir ihn halt nochmal. Habt ihr euch das Spiel jetzt eigentlich auch schon geholt? Und wenn ja, was sind denn eure Meinungen zu dem ganzen Spiel? Wie inventarvoll, ich hatte es doch leer gemacht. Ich dachte, man kann zwei tragen, wenn es leer ist. Naja. Das kommt einmal rein und dann schnell wieder zurück. Ja, ja, ganz aus der Puste ist die gute Dame. Hier oben war unser Baum. Oder sollte ich lieber sagen, der gute Herr. Denn als Herr werden wir ja immer bezeichnet. Wir brauchen noch eine kleine Falle, weil die kaputt ist. Und die bauen wir uns auf jeden Fall dann auch nochmal. Und zwar jetzt gleich, nachdem ich den Baumstamm hinzugefügt habe. Und nein, ich lasse mich nicht von irgendwelchen Schmetterlingen ablenken oder Blümchen. Flachs können die dann für uns sammeln. Und dann muss ich aber, glaube ich, nochmal das Holz hier mitnehmen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was wir für die Falle gebraucht haben. War die hier drinnen? Baustoff hinzufügen. Ach, haben sie das auch kaputt gemacht? Die haben das anscheinend kaputt gemacht. Okay, also. Dann lassen wir uns doch mal wieder ablenken. Und gehen uns mal schnell Steine holen. So was Blödes. Man kommt aber auch einfach zu nix. Dann fehlt hier wieder Stein. Dann fehlt hier wieder das. Dann kann man es wieder nicht tragen. Und jetzt lassen wir uns wieder ablenken, weil wir eine Beere essen müssen. Leute, ich mache Spaß. So. Einmal Steinchen. Übrigens, ja genau. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Aber ich habe ja in dem, als ich das Banditenlager überfallen habe, diese Schatztruhe bekommen. Und da hat auch jemand von euch geschrieben, dass das zu einer Quest gehört von dem Dorf hier. Vielleicht müssen wir dann da auch noch mal gucken, dass wir die Quest annehmen. Und ich weiß ja jetzt natürlich nicht genau, wie viele Quests hier in dem Dorf dann noch verfügbar sind. Aber vielleicht machen wir dann doch die eher zu Ende, bevor wir dann in Petstow anfangen. Was haltet ihr denn davon? So, kleine Falle. Ja, da ist nicht genug Holz. Nicht genug Holz vor der Hütten. Nein, Spaß. Jetzt, Adler, komm. Dann machen wir uns die Falle, beziehungsweise sie craftet ja eh schon. Ach, wo war denn das? Irgendwo habe ich doch gesehen, dass man auch was abreißen kann. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wo das war. Dann muss ich gleich mal gucken. Dann platziere ich nämlich die Falle woanders und holze dann da auch nichts ab. Und die andere Falle muss dann aber weg. So, die ist fertig. Kann ich die andere nicht einfach kaputt hauen? Oh Mann, ich bin so ein Lappen. Jetzt habe ich natürlich ersetzt. Ich wollte eigentlich... Ja, vergesst es einfach. Vergesst es. Was haben wir hier eigentlich noch drin? Waltz und Kupfererz. Genau, Leinen hatten sie jetzt auch schon eins hergestellt. Das ist auch cool. Oh, mehr als vier Steine gehen nicht rein. Das ist natürlich doof. Dann packen wir den Rest hier rein. Ja, da passt alles rein. Und dann gehen wir jetzt noch mal in die Stadt, oder? Lass mich mal hier schnell schauen. Genau, hier ist jetzt der Kit drin. Das passt. Dann hat jeder wieder sein Zuhause. Die beiden sammeln. Jetzt überlege ich gerade, bevor wir in die Stadt gehen, ob ich ihnen nicht noch irgendeinen Auftrag geben kann. Lass mich mal schauen unter Gebäude. Den Webstuhl haben wir gebaut. Sammellager haben wir noch nicht gebaut, gell? Boah, der braucht acht Baumstämme. Krass. Ja, aber dann setzen wir mal das Sammellager auch irgendwo hin. Das ist halt auch alles so groß. Aber vielleicht können wir einfach das hier in so einem Kreis anordnen. Was haltet ihr denn da davon? So, vielleicht. Dann sollen die das halt einfach schon mal vorbereiten. So, mach mal das. Okay, dann düsen wir in die Städte. Weil ich glaube, eine andere Quest außer das Banditenlager zu befreien, den Petstuhl haben wir ja eh nicht mehr, ne? Cool, und irgendwer hat schon den Baumstamm geholt. Ja, dann ist das ja easy. Dann schauen wir, dass wir uns hier auch noch mal ein bisschen mehr Rufe aufbauen. Da können wir vielleicht noch irgendjemanden rekrutieren. Und dann läuft das. Dann sollen doch die Banditen kommen. So schaut's nämlich aus, die Doofen. Aber das mit der Pfeilmechanik ist, glaube ich, auch das erste Spiel, wo ich das so sehe. Das kenne ich tatsächlich anders. Und jetzt steht wieder da, Axt fehlt für Holzfällerlager. Kurz mal auf die Karte schauen. Hier hinten rennt eine verfügbare Quest. Dann düsen wir doch eher mal zu der hin. Das hätte ich jetzt auch gleich gucken können, ne? Aber das habe ich jetzt wieder verplant. Übrigens, heute, wenn ihr diesen Part schaut, habe ich tatsächlich Geburtstag und werde süße 34. Kann man's glauben? Bin auch schon so ein alter Sack geworden. Ach, da oben rennt die Quest. Ja, ja, so ist das. Bleib mal stehen, Dalibor. Ja, ich kann dir mit etwas helfen. Würdest du dir Zeit nehmen, einem alten Mann zu helfen? Ja. Okay, er braucht also zwei Stückchen Fleisch von uns, Baumstämme und Seile. Und wir sagen natürlich, alles klar, wir helfen dir. Kein Problem. Zwei Stück gekochtes Fleisch. Ich gucke mal in den Wald, weil es gibt ja Hasen in dem Wald. Und vielleicht schaffe ich es ja, dass ich mir irgendwie einen davon erledige. Ansonsten muss ich vielleicht doch nochmal zu den Wölfen gehen. Oder vielleicht finde ich ja auch einen Hirsch. Das kann natürlich auch sein. Gut, unsere Kollegen sind ja fleißig dabei, alles aufzubauen. Das heißt, wir suchen jetzt hier nach essbarem Zeug. Baumstämme, ja genau. Und einfache Schnur können wir ja auch schon herstellen. Ich glaube, wenn wir nach da oben gehen, dass dann hier irgendwo ein Hirsch war. Ach so, ich könnte auch wieder was essen. Soll ich gleich für die mitsammeln? Ja, okay. Dann machen wir das halt alles in einem Abwasch. Sonst meckern sie wieder, dass sie Hunger haben. Aber gut, ich kann es ja auch verstehen, wenn ich die ganze Zeit nur Beeren essen müsste, hätte ich irgendwie auch Kohldampf. Nein, ich will doch hier sammeln. So. Hirsch, wo bist du? Da hinten waren die Wölfe. Da sind aber gerade keine mehr. Das ist natürlich auch doof. Sonst hätten wir nämlich auch die erledigen können. Die Falle habe ich ja aufgestellt, aber da werde ich wahrscheinlich jetzt auch nichts fangen. Oder wir machen es tatsächlich so, dass ich einfach nochmal eine Falle baue. Vielleicht ist das die einfachere Lösung. Was meint ihr? Ich glaube, so machen wir es. Dann nimm mal bitte hier deine Axt. Dann können wir gleich wieder ein bisschen Holz mitnehmen, wenn wir zurücklaufen. Und dann machen wir das so. Ich glaube, das geht dann schneller, was das Fleisch betrifft. Ach, hier ist der Schrein. Der Schrein. Müssen wir da lang. Die sind ganz schön fleißig, die Burschen. Muss ich schon sagen. Wisst ihr, ob eigentlich hier die Bäume wieder nachwachsen? Oder bleibt es so abgeforstet? So, jetzt denke ich, kann ich zwei Fallen herstellen. Zweimal bitte. Wisst ihr, was ich mich gerade frage? Ich soll dem... Achso, doch, nur zwei Baumstämme. Habe ich nicht acht vorher gesehen? Oder bin ich jetzt schon wieder total durcheinander? Ich dachte, im Text wäre acht gestanden. Naja, ist ja auch wurscht. Zwei kann ich ja tragen. Dann weiß ich nur nicht. Da muss ich, glaube ich, die Pfeile und sowas rausnehmen. Damit ich zwei auf einmal tragen kann. Und die Riemen. Die können wir ja gleich schon mal da reinpacken. Und den Verband auch. Den Schatz auch. Der bringt uns jetzt gerade nichts. Und Bernd brauchen wir noch schnell für die Falle. So, eine haben wir schon mal. Können wir noch eine tragen? Ja. Super. Ich bin mir nicht sicher. Wir können ja mal probieren, ob ich die Fallen hier aufstellen kann. Überfallgefahr erhöht 10%. Warum denn schon wieder? Ich habe nichts gemacht. Hallo. Ach, lustig. HS-Autolaufen ist mir gerade so aufgefallen. Äh, ja. Gut. Ich wollte aber die Fallen hier platzieren. Und deswegen wollte ich ins Inventar gehen. Ne. Kann ich leider nicht hier platzieren. Schade. Ich dachte, es würde vielleicht gehen. Hm. Wo setzen wir sie denn dann hin? Dann lasst sie uns doch in das kleine Waldstückchen da unten bringen. Weil dann weiß ich Bescheid, dass ich das nicht abholzen darf. Ich hoffe, dass die es natürlich dann auch nicht tun. Aber ich garantiere für nichts. Fügen wir eine da hin. Fügen eine Beere hinzu. Und die andere tun wir dorthin und fügen auch da eine Beere hinzu. Supi dupi. Dann haben wir das erledigt. Dann packe ich jetzt denen mal die Beeren auch hier ins Lager, damit die sich hier bedienen können, wenn sie hungrig sind. So. Und ja, die kann ich ja dabei auch mal da reintun. Dann können wir nämlich schon mal die Schnur hier herstellen. Lagerbestand 10. Habe ich noch Schnüre irgendwo gelagert? Tatsächlich hier. Ach, das ist ja geil. Dann nehmen wir doch einfach die vier Stück schon mal mit. und holen uns jetzt mal Bäumchen. Ein großes Bäumchen. Gut, einen Baumstamm haben wir schon mal. und den müssen wir wieder schneiden. Na? Jetzt hat. Nehmen. Cool. Dann haben wir die zwei Baumstämme, dann brauchen wir nur noch das Fleisch. Ähm, ich habe ja das letzte Mal gesagt, eigentlich ging es ganz schnell, dass da was in der Falle war. Dann schauen wir doch jetzt noch mal zurück. Schon was drinnen ist. Nö, hier liegt noch die Beere. Und hier Chent auch. Aber wieso kann ich nicht auf die zugreifen? Hallo? Naja, wurscht. Dann düsen wir zum Forschungstisch, weil da haben wir ja auch noch jede Menge Arbeit. Hier sind die ganzen Gewänder, die brauchen wir dann natürlich auf jeden Fall auch. Sollen wir das Trapperlager erforschen? Oder den Rennofen? Ne, wisst ihr was? Wir machen jetzt erstmal das Plankenschild. Ich glaube nämlich, dass das gut ist auch für die Leute, wenn sie mitkommen, dass jeder einfach ein Schild hat, wo man sich dann verteidigen kann. Ja, das machen wir so. Wie weit seid ihr hier mit? Ah, es fehlt glaube ich nur noch einen Baumstamm. Den werde ich aber jetzt nicht hinzufügen. Sonst vergesse ich wieder, dass ich einen mitnehmen muss. Ja gut, oben lag ja sowieso noch einer rum. Sollen sie halt den nehmen? Und schauen wir nochmal zur Falle hin. Nö, ist immer noch nichts drin. So, jetzt wird es ja fast dunkel. das heißt, was machst du eigentlich jetzt? Jetzt bin ich mal gespannt, was er macht. Er fällt die Bäume hier. Das hat ja wieder super gut geklappt, ne, dass ich die Falle jetzt da hingestellt habe. So ein Schmarrn. Ja gut, da können wir jetzt nichts machen. Also okay, dann fehlen uns also nur noch die zwei Stückchen Fleisch. Und das war's. Was habe ich eigentlich noch in meiner privaten Truhe? Hanf und ganz viel Salbei. Ich nehme den mal mit, den können wir, ich weiß nämlich nicht, ob die an die private Truhe rangehen, um sich Zeug zu holen. Deswegen tun wir den hier mit zu. Oh, wartet mal, habe ich ein Seil dabei? Ja. Das brauche ich natürlich jetzt nicht im Inventar. Übrigens, wenn ich es noch nicht gesagt habe, man kann sich in den Einstellungen ja auch einstellen, logischerweise, dass keine Überfälle kommen, beziehungsweise kann man sich halt generell hier so die Überfälle einstellen. Und zwar in den Optionen hier unter Game Difficultly, also Spielschwierigkeit, Überfälle aktiviert, Überfallhäufigkeit und Überfallstärke. Ich würde es jetzt eigentlich einfach mal so lassen, wie es ist, weil sonst habe ich ja auch keinen Spaß dran. Und, oh, sie sind fertig. Schön. Und ja, genau. Wähle eine Ressource aus und deinen Arbeitern Aufträge hinzuzufügen. Weizen. Schilfrohr. Ich möchte, dass ihr Schilfrohr sammelt. Und zwar ganz schön viel. Gehen die eigentlich so weit? Keine Ahnung. Flax braucht man auch immer. Dann nimm mal Flax, auch noch 20 Stück. Rohstein braucht man auch immer. Achso, ups, ich sollte vielleicht aufs Plus drücken. Steuerung mal 10. Ah, super. Holz braucht man auch. Steuerung mal 10. 20. Knoblauch, Eisen, Erz, Kupfer, Erz, Baumwolle, Moos, Moos halt, Cranberries. Ja gut, könnt ihr ja mal zwei sammeln, drei, vier, fünf. Wenn es die hier geben sollte in der Nähe, aber ich bezweifle das irgendwie. Und ich glaube, wir haben was in den Fallen. Stimmt, die leuchten ja dann so. Ja, hallo, Hasi. Oh, der hat ja schon zwei Fleisch hier. Gut. Quatsch, wieso habe ich denn jetzt so blöd die Kamera geschwenkt? Sehr schön. Zählt das denn als Stück gekochtes Fleisch? Wie heißt es im Inventar? Kleines Stück rohes Fleisch. Wir kochen das jetzt einfach mal. Tun wir mal hier überall das Fleisch hinzufügen. Okay, das erste Fleisch ist fertig. Nehmen, nehmen. Und es zählt also anscheinend nicht dazu, weil hier steht null im Inventar. Ja, was braucht es denn dann für ein Fleisch? Vom Wolf oder was? Ja, okay, wenn das nicht dazu zählt, dann müssen wir auf jeden Fall dann nochmal zu den Wölfen. Ich schlafe jetzt und beende den Part an der Stelle und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder und besorgen das Fleisch vom Wolf oder wenn ihr wisst, welches Fleisch für diese Quest gebraucht wird, dann könnt ihr es natürlich gern in die Kommentare schreiben. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns im nächsten Part. Bye! Bye!